so hier sind wir jetzt willst das gericht noch von 0 uhr kochen habe ich überhaupt die blume welche blume meinst du ist hier dabei die blume die gelbe da hier die sonnenfleckchen sonnenfleckchen die soll ich kochen okay dann tue ich dir jetzt einen gefallen dann tue ich jetzt einen gefallen was passiert jetzt soll mit gemüse ach man kann bei denen auch nur einmal kochen in diesem sinne let's go warum ist hier random im nirgendwo ein gegner kommt zurück internet wohin das ist eigentlich die richtige frage wohin da sollte eigentlich nicht zelda 3 stehen sondern zelda herz quasi zelda liebe aber tik tok denkt sich so ne liebe im titel gar kein fall macht's weg einfach frech einfach giftiges herz ich habe schon was ähnliches schon mal gekocht wo habe ich es hingetan ich habe da schon was anderes mal mit gekocht einmal hier ich hatte doch noch eins ach das ist wegen schleichen ist das noch okay ach die zwei war darauf gezogen ok 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 da hier habe ich es soll dampfleisch da habe ich es lena sollten das jetzt würstchen sein ok die einfach bewegen da passiert auch nichts da wäre vielleicht ein krok hier nö wo kommt der her timning timing timing also jetzt gleich wird es ja absolut frech First Try Was passiert hier? Hallo? Er kann leben bleiben. Okay. Warum war denn ein Gegner da vorne? Weiß es nicht. Warum hauen die alle ab? Oh, hallo. Da versteckt sich jemand. Ach, morgen. Der Stein ist das. Okay. Da haben wir ihn. Der Kaiserbär. Wow. Er hält viel aus, ne? Oh, oh. Hat er Bock? Ich habe verschissen. Durch zu viel Zelda schon habe ich mir erst mal in der Sehenscheine... Oh, Remo. Oh, Alter. Ja, dann gute Besserung, Remo. Er hat geschrieben, dass er durch Zelda der Sehenscheine Erzündung hat. Aber es ist nur ein gutes Zeichen für Zelda. Ähm. Ich frage für einen Freund, ist er unsterblich? Ich bin doch froh, dass er mich nicht angreift, weil den kriege ich nicht down. Ist das ein Boss? Also fehlt die Musik? Was ist mit dem Bär? Ich habe jetzt gleich meinen nächsten Bogen kaputt. Oh. Ich habe jetzt gleich keinen Bogen mehr. Zu große Hände, zu kleine Switch-Controller. Damn. Ja, gute Besserung. Hoffentlich kann ich sehr bald weiterzocken. Okay. Ich habe mich in Ruhe lassen. Warum hat er das nicht gewertet, der war auf jeden Fall verpackt. Der Bär war safe verpackt. Aber wie viel Leben der Bär hat. Schneetaube. Oh, locker drei Wochen. Oh, verdammt. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Und ein paar Fotos machen. Hat es gereicht? Nein. Na komm. Hallo. Jetzt haben wir sie. Parker. Parker, willst du eigentlich in dem Stream eine Geoglyphe machen? Du hast ja noch ein Foto von der Map. Ich glaube heute nicht mehr. Zitter nicht. Ich glaube heute nicht. Ich wollte einfach hier das Gebiet ein bisschen erkunden. nur einfach nur rumlaufen, ein bisschen erkunden. Schreine mitnehmen. Vielleicht nochmal oben in die Wolkenwelt rein. Auf ganz entspannt. Ist da oben was drauf? Schauen wir mal. Was für eine Waffe habe ich ausgerüstet? Oh mein Gott. Die Sitter nicht war mal ein Meme. Ich weiß aber eigentlich auch. War das von Moise? Ich glaube es war von Moise. Ich will die E-Bus wegen den Zündungsermann werfen. Bisschen Schmerzeln unter Schienen und es passt. Ich drück dir den Daumen. Ich drück dir den Daumen, Remo. Da hängt eine Blume. Ähm, nirgendwo. Hallo da. Was macht er denn da? Der hat gerade Urlaub. Der genießt die Aussicht. Ah, oder Inscop. Kann auch Inscop gewesen sein. Ich weiß nicht wie viel, Udo. Will auch keinen therapieren. Ich bin die Aussicht am Genießen. Hm, schön. Würde ich auch machen. Wenn es da was zu sehen gäbe. Aber, der Hirsch. Der Hirsch wird Bescheid wissen. Warum sind denn so viele Vögel? Ich denke immer, es sind irgendwelche Zeichen vom Spiel. Okay, er ist nicht verbargt. Oha, das ist da, okay. Udo, da werde ich aber nicht wissen, wie viel du reingepfiffen hast. War nicht Mois. Aber war es nicht einer von der Truppe da? Spurtfalsch. Die brauche ich eigentlich. Prima, vielen, vielen Dank für dein Foto. Sehr lieb von dir. So nah dran. Dich so nah dran. Spurtfalsch. Geh mal in den Headshot hin. Schade. So unten ein Rätsel. Und da haben wir Eis. Das ist doch ein Krok, oder? Einfach mal gucken, was über... Ah, okay, ich verstehe es. Da haben wir es. Das ist doch ein Krok zu sehen. Ich würde es ja nicht nehmen. Ich würde es ja nicht nehmen. Ich würde es ja nicht nehmen. Das ist ja ein Krok. Aber ich würde es ja nicht geben. Ja. Ah, stimmt. Eisfall erst drauf zum Einfrieren und dann... Ja, den normalen Fall. True. True. Ausnutzen, Lunes. Ausnutzen. Das schmilzt aber weg. Habe ich noch ein Schild? Habe ich noch. Oh, okay. Okay. Habe ich... Ja, stumpfe Waffen haben wir schon. Auch nicht gut reagiert. Das ist jetzt unfair. Ja. Foto. Denkt an Foto. Wie geil bist du denn? Nice. Ja. War gerüchtig. Warst du schon im Süden? Der große Wind im Untergrund? Ich glaube nicht. Ich kann es dir mal zeigen. Also ich habe wirklich noch nicht viel erkundet, ne? Im Süden war ich noch gar nicht. In der Unterwelt auch noch nicht viel. Ich glaube nicht, dass du das meinst, Remo. Oh, das macht... Oh, das macht... Ach, okay. Warte mal drauf, dass du den anderen schmeißt. Oh, lol. Vieles muss ich mir noch echt... ...wieder aneignen. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den gerade eine gute Chance habe mit meinem... ...mit meinen Waffen. Ich habe einen Billoff. Falscher Knopf. Perfekt. Geh mal ein ganz bisschen nach Süden von der zentralen Mine aus. Oder schreck dich nicht? Der kostet viele Feuerpfeile, ne? Oder Bombenpfeile halt auch. Um den halt zu können. Den lassen wir aus. Wäre die 80 und ich vielleicht schein tot. Aber erstmal Ordnegebiet. Erstmal Ordnegebiet und dann gehen wir wieder auch mal in den Untergrund und so. Weiß ja nicht, ob ich dann sofort die Hauptquests weitermache. Wir haben noch ganz viele Nebenquests. Ach, so viel zu erkunden. So viel. Okay, den Bray, lass mal leben. Hat er Glück gehabt. Warst du schon in vier Tempeln? In einem. Ich habe einen Tempel, nur den von den Ornys. Ich habe auch gerade sieben Herzen. Oder acht? Acht Herzen habe ich. Aber wo die Vögel hin sind, war ich auch nicht mehr, ne? Was der nützlich ist, alles gut. Ich fühle mich so gestresst von TikTok und ich bin nicht mal die Person, die spielt. Warum fühle ich mich gestresst wegen TikTok? Findet ihr das doof? Ich lese ja auch immer alles vor. Davon haben wir auch kein Foto, ne? Doch, haben wir. Aber vom Bogen nicht. Merken also. Süden-Mine. Also wenn ich das weiterhilft. Ah, ich glaube ich kriege es nur im Overlay hin. Ich würde es nur im Overlay schaffen. Könnte ich den TikTok-Chat auch rüberbringen. Hier, Tempel, ist falsch. Wie meinst du das? Ach, hier ist die sogenannte Geheimquelle. Oh. Warum geht es nicht? Okay. Tja. Wenn die Waffe mal hier mehr aushalten könnte, ne? Aber, die schmeißen wir weg. Das nehmen wir. So. Wer darf ich jetzt sagen? Okay, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich denke mal, ich heile jetzt hier in der Quelle. Ja. Ja. Ich habe nur nicht mal die dicke Fee gesehen. Ich war nur mal in ihrem Gehäuse. Sozusagen. Oh, ein bisschen Schnee. Okay. Alles gut. Bitte nicht spoilern. Sehr gerne wildes selber herausfinden. Danke, dass du vorher fragst. Zweideutig. Ach was. Ach, das ist ja. Nein. So. Oh, Gottchen. Äh, 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 äh. So. Den zerkloppe ich jetzt hier komplett. Ist das jetzt hier wieder so ein Scam hier drin? Ah, ja. Kein Scam. Oh, Bogen. Ganz, ganz wichtig. Genug Internet, Freunde. Der Stein sieht ein bisschen auffällig aus. Aha. Siehst du? Der war so unauffällig, auffällig, dass die ja nichts runtergemacht haben. Haben wir wieder ein Rätsel gelöst. So ist das nicht zu dir in hell. Ah, waren wir da runter? Ich meine, wenn wir hier sind, ne? Gucken wir uns an. Das war kein Hit. Gott. Das gibt schon Fallschaden. Boah. Sehr gut. Wo warst du Lust? Mal raus, Odo. Ach, nix. Kannst du den Eiszapfen? Ah, der ist jetzt weg, ne? Ne, der ist doch da. Theoretisch ja. Es geht. Lol. So, nehmen wir das nächste. Das nächste. Das nächste. Gott sei Dank, haben wir das aufgemacht. Ich mach das nur vor euch, ne? Wenn du Gegner im richtigen Moment mit dem Rückwärtsleiter ausweist, verlangst du die Zeit. Da kriegt man so ein Short-Time-Event, ne? Das kenn ich auch von Biotv. Ich hab aber zu oft zwei Hände in der Hand. Okay, ist auch relativ egal, weil ich gerade aufs Schild hinaus wollte. Drei Pflaumenwerfer. Einen eingesetzt, drei bekommen. Ähm, ich wollte auch... Im Schild geht das ja auch. Kann ich die auch nehmen? Oh lol, die kann man nicht nehmen. Essen. Essen, essen, essen. 80er Wurf, schön. 18. Okay, essen. Es gibt ja nicht so viel. Ich hab eigentlich nur noch zu... Oh, komm, andere Kraft nehmen wir mit. Schade. Hier, für dich. Im Angebot. Die explodieren immer. Ich dachte, das wäre gerade wegen dem anderen gewesen. Okay, da kommt immer Eis raus. Alles klar. Ja, das mit dem Timing, mit dem Ausweichen. Da muss ich echt noch ein bisschen üben. Es geht noch weiter runter. Wir gehen weiter runter. Was ist das? Okay. Wenn du viele Explosionsfrüchte brauchst, solltest du im Untergrund an Bäumen suchen. Wie ist das denn mit dem Schild? Wie ist das denn mit dem Schild? Ah, am Ende. Alles klar. Runter, runter. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Oh, Gott sei Dank. Ah, am Ende stimmt. Danke. So. Lol. Okay. Okay. Abgecht. Ja, mit dem Spund. Das stimmt. Stimmt, stimmt. Hat irgendwann geklappt. Irgendwann. Ja, mit dem Spund. Pilz nehmen wir mit. Genau, bei mir ist X-Sprinten, genau. Damit mache ich mir einen mobilen Superjump. Das ist schon ziemlich nice. Benutze ich das erstmal nicht. Irgendwann werde ich es gebrauchen. Jetzt leise. Gefroren ist Edelwild. Hitzeschutz. Okay. Ach, hätte ich auch ein Foto von machen können. Keine Ahnung. Das ist für mich so eine Gegend hier. Müsste eigentlich einen Leuna rumspringen. Okay. Schlipp bleibt aber. Man hat nur eins davon. Okay. Danke für die Infos. Oh, kein Headshot. Da hinten ist wieder ein Königsbär. Oh, ein Kaiserbär. Den lassen wir. Der hat vier Millionen Leben. Nein, nein. Okay, wir müssen bauen. So, rein hier in die Kiste. Stimmt, oder? Erst den Eisfall wieder nehmen. Ach, du Drecksack, du. Stimmt, das muss ich mir auch echt angewöhnen. Dem Eisfall. Es müsste Leuna in der Welt geben. Ja, ich habe auch noch keinen gesehen. Wurde aber im Chat schon geschrieben. Da will er kein Foto von machen. Okay, aber von meinen Sachen wieder. Okay. Also war okay. Okay, der soll mächtiger sein. Perfekt. Ich glaube, Gras ist im Weg. Gegen dem Gras. Okay. Ne, dann ist mir... So vielleicht? Nein. Dann soll so sein. Ich könnte das auch noch umlegen. Ja. Wenn wir doch mal so sehen. Wenn wir doch mal so sehen. Wenn wir doch mal so sehen. Warum sollen wir fliegen? Warum sollen wir fliegen? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Weil wir fliegen. Wo ist der Grund? Wo ist der Grund? Schon wieder hier was essen. Ich habe nicht gesagt immer. Ich habe nicht gesagt immer. Was sagst du da? Meinte du bloß häufig. Jetzt bleibe ich auch hier oben. Ja. 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 Beidee. Untertitelung. BR 2018